Hallo liebe Hungrige, was wir heute backen ist ja im Prinzip ein Fladenbrot mit einer Schicht Mozzarella drauf. Das allein ist ja schon sehr lecker, aber wir können es natürlich auch noch belegen oder aber, und das ist eigentlich die Bestimmung, die ich ihm zugedacht habe, es ist eine ganz tolle Grillbeilage, eine wirklich leckere Alternative zum herkömmlichen Kräuter- oder Knoblauchbaguette, das ja sonst meist dazu gereicht wird. Wir brauchen dafür Mehl, Dinkel oder Weizen, ein Ei, Milch, etwas Butter, Pfeffer und Salz, einen Teelöffel Zucker, italienische Kräuter und wenn ihr die nicht haben solltet, macht euch eine Mischung aus, zum Beispiel Thymian, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Bohnenkraut und Majoran, vielleicht noch Salbei, also etwas in dieser Richtung. Außerdem brauchen wir noch Trockenhefe, Frische geht aber auch. Und außerdem brauchen wir natürlich noch zwei Mozzarella Kugeln und wer Kalorien sparen will, nimmt halt die Leitvariante. Zuerst schlagen wir mal das Ei in eine Tasse oder Schussel und verrühren es dann. Dann wenden wir uns der Milch zu, diese etwas erwärmen, entweder im Topf oder kurz in die Mikrowelle geben, anschließend schmelzen wir die Butter, auch hier entweder Topf oder Mikrowelle, und schütten dann das Mehl dazu, wir streuen die Trockenhefe ein, geben das verrührte Ei mit dazu, die erwärmte Milch wird mit in die Schüssel gegossen, wir geben eine ordentliche Prise Salz mit dazu und streuen dann auch den Zucker ein. Anschließend verkneten wir den Teig zügig, am besten natürlich mit dem Knethaken des Rührgeräts und ihr werdet sehen, das dauert auch nicht lange, bis er sich prima von Rand und Boden der Schüssel löst und das ist dann der Zeitpunkt, an dem wir den Teig abdecken und ihn für circa eine Stunde gehen lassen. Nun belegen wir ein Backblech mit Backpapier, wir decken den Teig wieder ab und können sehen, er ist wunderbar gegangen und nun geben wir ihn gleich aufs Backblech, also das Backpapier und formen dann mit leicht bemehlten Händen hieraus einen runden Fladen. Ihr könnt dafür natürlich die Teigrolle verwenden, aber auch so einfach mit der Hand geht das ganz schnell, Orientierungsgröße, Durchmesser ungefähr 24 Zentimeter und wenn er nun nicht absolut kreisrund ist, ist das auch kein Drama. Ist der Teig dann geformt, schneiden wir schnell noch den Mozzarella in Scheiben und belegen anschließend die Oberseite unseres Teigpflans damit und um langer Weile entgegen zu wirken, mache ich das mal im Eiltempo. Haben wir den Mozzarella flächendeckend darauf verteilt, würzen wir nur noch und seid da ruhig großzügig, denn der Teig selbst ist ja nicht weiter gewürzt, wir geben also Salz darauf, reichlich Pfeffer und verteilen dann auch die große Portion von den italienischen Kräutern darüber und dann ab damit in den Ofen, gebacken wird unser Brot nun bei 180 Grad, umluft 160 für 25 Minuten und so lecker sollte es danach aussehen, duftet herrlich, aromatisch, lasst es ein bisschen abkühlen und esst gleich warm, aber auch kalt schmeckt es klasse. Wie gesagt passt wunderbar zu gegrillten, aber auch eine Tomate schmeckt lecker dazu. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es allerdings lieber eine Grill Lasagne geben soll und ihr als Nachtisch vielleicht ein Stück Erdbeerkuchen reichen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.